Niemand zu Hause! Wie geht's? Schön hier. Ach nee. Ihre Eltern machen sich Sorgen um Sie. Haben Sie Zigaretten? Nee, Zigaretten hab ich keine. Hast du Zigaretten? Bin doch nicht Haar. Wir haben zwar keine Zigaretten, aber dafür haben wir Kohldampf. Hunger. Ich koch Ihnen was. Zu welchem Zweck haben Sie diese Papiere mitgenommen? Zwecke sind nur Halluzinationen. Ein gesunder Mensch weiß nie, was er tut. Ja, das denk ich auch. Die Menschen erfinden immer irgendwelche Zwecke, weil sie die Seele des Universums nicht verstehen. Aber ein Mensch, der mit dem Universum in Verbindung steht, braucht keine Zwecke. Ich bin nicht wahnsinnig. Das hab ich nicht behauptet. Das müssen Sie aber. Sie können mich nur verstehen, wenn Sie mich für wahnsinnig halten. Sie können mich nur verstehen, wenn Sie mich nicht verstehen. Ich muss pissen. Kannst du mal anhalten? Lassen Sie mich nicht allein. Ich bin jetzt 20 und will noch nicht sterben. Nur einen Moment, ich bin ja gleich wieder da. Ich muss pissen. Gibt's immer nicht. Uh, also zum Westen. Was ist denn ich? Du bist ja wirklich verrückt, du bist ja wirklich wahnsinnig! Hör auf! Hör auf, ganz cool, ganz cool, alles in Ordnung, alles in Ordnung, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Dieser Mann stirbt nicht aus Angst. Was meint er?